Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Guide zu Stray. Heute geht es um die TeleCAD. Das ist eine Trophäe, die wir dafür bekommen, dass wir durchs Fernsehprogramm zappen. Wir sind in Kapitel Nummer 4. Wir sind hier gestartet ungefähr, ich nenne es jetzt einfach mal so an diesem Main Hub. Das ist eine sehr, sehr markante Stelle, wo einfach die vielen Roboter rumsitzen, wo wir zum Anfang des Spiels ankommen, den Wächter kennenlernen. Und deswegen habe ich das als Startpunkt gewählt. Der Weg ist dann nicht so super kurz, aber es wäre halt auch irgendwie schmarrn, jetzt irgendwie in der Mitte der Stadt anzufangen. Und deswegen bin ich hier diesen Weg gegangen, damit ihr halt auch wirklich ganz genau wisst, wo das ist. Wir kommen an den beiden Typen vorbei, die sich den Eimer zu werfen. Aber so groß ist das Gebiet jetzt ja auch wieder nicht. So groß ist das Gebiet auch wieder nicht. Das sollte passen. Da drüben ist schon das Sofa und da ist die Fernbedienung. Und auf der Fernbedienung tatschen wir herum, bis ihr schwindelig wird. Oder besser gesagt, bis wir alle Programme durch haben. Und dann gibt es als Belohnung die Trophäe. Das war es hier schon von mir. Ich hoffe, das kleine Video war hilfreich für euch, dass es interessant für euch war. Wenn es euch geholfen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr den Kanal abonniert, falls es noch nicht geschehen, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Bis zum nächsten Mal.